Da unten ist da jemand? Nö, da ist keiner, ne? Nö. Einfach ins Loch rein. Einfach ins Loch rein? Ja. Was ist denn hier unten? Sollen wir mal da reinspringen? Ja. Gibt ja keine anderen Ausweg, oder? Na, ich weiß nicht, da ist noch eine... Denkst du wirklich, dass ich hier runter muss? Ja. Ich muss Lee folgen. Egal, was da unten wartet. Kehr um Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Okay, ich weiß gerade selber nicht mehr ganz genau, was da los ist. Aber... Das können wir uns in den früheren Videos nochmal nachschauen, auf jeden Fall. Der bleibt doch stehen. Der bleibt doch stehen. Was ist da los? Aha. Der teleportet sich. Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Okay. Was hat denn Osborn getan? Sie sind mehr als ihre Vergangenheit. Machen sie sich frei davon. Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn der Rechtlichkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Heute komme ich nicht mehr Skyblock. Also ich habe heute noch was vor, das am Tablet mal einzurichten, dass ich am Tablet Skyblock spielen kann. Das hatte vorhin sogar schon probiert. Aber hat nicht funktioniert. Dann aber vielleicht beim nächsten Mal. Aber das soll ja auf der Playstation gehen. Auf der Playstation kann Rudolfs gehen, aber ich glaube nicht, dass es auf der Switch geht. Lies Schmerz. Seine Wut. Sie befeuern seine Macht. Oh, es wäre warm, ey. Ist das bei euch auch so warm? Erzählt mal in den Chat rein. Ob das bei euch auch so eine Hitze ist. Die ist nicht warm. Die ist auch warm? Nein. Die ist nicht warm? So, Augenblicke zuvor. Guck mal, was ist denn jetzt los? Weniger Augenblicke vorher. Das ist die einzige Probe. Mir ist immer noch warm. Ja, okay, verstehe ich. Mir auch. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Macht er denn da? Martin! Ah, okay. Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Nein! Ein paar Endgegner hat man auf jeden Fall schon platt gemacht, ne? Ja! Ich finde das einfach so geil, ne? Die Action-Til gefällt mir einfach richtig gut, ne? Ja! Und ich habe also ein bisschen Bock drauf, mir die Avengers zu kaufen, sobald die da sind. 70 Euro kostet das. Osborn muss bestraft werden. Sein Krebs infiziert diese Stadt schon zu lang. Führen wir Osborn wahrer Gerechtigkeit zu! Aber nicht mit ihren Mitteln! Ich höre niemals auf! Was muss ich jetzt hier machen? Von hinten haben wir. Jetzt hauen wir mal ein bisschen auf den Eilen. Okay, verstehe ich. Wir müssen also Gegenstände genau abseilen. Da hast du recht. Auf den Werfen. Nee, nee. Lieber ein bisschen voller. Dann haben wir gleich geschafft. Jetzt! Ach stimmt, ich muss ja auch noch so eine komische Extra-Must immer machen. Ich habe mich sogar ganz vergessen, wie das funktioniert hier. Warte mal, könnte man hier nicht? Ach, das wollte ich jetzt nicht. Wie könnte man denn da oben das umschalten? Ich kann die Waffen eigentlich umschalten. Warte mal! Äh, so geht es nicht. Wie ging das da oben? Da oben rechts meinst du? Da könnte ich mich das Elektronetz mal aktivieren. Meine Sache ist die Quest. Wie war denn das? Mann! Ich dachte, er ist mit der Fall nach oben. Aber das funktioniert nicht. Hast du mal wieder Zeit für ARC? Der Streamlack? Oh nein! Kämpfen Sie dagegen an! Hoffen wir nicht! Ich bin 10! Das ist cool! Ach du dickes Ei! Macht der denn da? Uh! Das ist ja Heft! 10 Minuten höher! Okay, cool! Mal sehen, ob wir noch mal ARC spielen. Ich bin vielleicht am PC das nächste Mal. Gab es glaube ich im Epic Store kostenlos letztens. Sie können den Dämon besiegen, Martin! Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! So, wir müssen jetzt mal nacheinander die ganzen Typen alle ausradieren hier. Okay, ein paar sind weg. Boah! Alter, wie das weh tut, wenn der reinhaut. Ich bin der Dämon! Ich bin der Dämon! Ich bin der Dämon! Ein echt großer Dämon! Großer Dämon! Sehr unangenehm! Aber guck mal hier! Der immer mal ist er menschlich! Da können wir voll auf den Einhauen! Du kannst dir ein Grab mit Ausbau teilen! Boah, das ist ja nicht geklappt, ne? Ja! Der macht irgendwas mit den... Ich muss diese Raketen da... Oder was? Das ist auch fun! Die hauen wohl richtig rein! Ich heile mich aber relativ gut! Das sind die ganzen guten Monster hier! Jetzt kommen erstmal alle noch mal raus, die der... Boah, schon vorher die ganze Zeit gerufen hat! Die haben Schwerter, die haben alles Mögliche! Jetzt kommen die ja noch mal reinhauen hier! Dann ist er langsam mal gut, oder? Ich bin fast gesund, guck mal! Ach! Gewesen! Jetzt bin ich nicht mehr fast gesund! Er ist fast erledigt! Er ist fast erledigt, hast du gehört? Ah! Der macht die ganze Zeit weg! Um mich heilen zu können, muss ich die Typen angreifen! Guck mal! Ohhhhh! Ohhhhh! Ich muss auf die Typen einschlagen und muss mich immer mal ausweichen, um mich zu heilen! Guck mal, dann krieg ich die Trance-Pumpe! Der haut aber auch bitte rein, ey, Junge. Der ist auch auf jeden Fall noch am Leben. Ach, Mist. Manchmal hängt es und dann lädt der vielleicht liegt es an mir. Ja, okay, es kann natürlich sein, okay, es ist halt ein YouTube-Stream. Rein theoretisch kann es möglich sein. Das alles wird bald vorbei sein. Die Frage ist, beim ersten Meter. Ich habe total überhaupt keine, ähm, keine, ähm, wie heißt das hier, super Attacken gemacht. Ich muss die Kleen platt machen, um mich damit heilen zu können. Aber guck mal, dann greift der mich gleich richtig an, der hat. Aber guck mal, ich bin doch schon kurz vorm Ende jetzt, oder? Ich glaube, ich meinste. Ich muss doch irgendwo hier was cooles machen können. Da muss doch irgendwas möglich sein. Ach, der ist aber gar nicht optimistisch. Was sagst du denn? Hau doch mal auf, hier rumzusprengen. Dahin ist er. Jetzt habe ich ihn erwischt, guck mal. Jetzt habe ich ihn erwischt. Dein Sohn ist neun, ja, das stimmt. Bei dem starken Enemy Spartan bist du safe, gleich mit dem Bus, okay? Muss ich irgendwas drücken? Oh, wir haben ihn auf jeden Fall erwischt. Ist Martin Lee wirklich der Endpost? Das wäre ja der Hammer. Ich dachte jetzt eigentlich, dass der Endpost die anderen sind, aber die sind ja alle schon platt. Dr. Octavius zum Beispiel könnte ja noch kommen. Trophäe erhalten. Nice. Hey, Gable, Tobi, herzlich willkommen im Livestream. YouTube Livestreams machen irgendwie mehr Spaß. Das ist irgendwie cool, dass ihr dabei seid und zuschaut. Das fetzt mir richtig. Das ist cool. Da ist Dr. Octavius. Siehst du, da habe ich um Spaß gedacht. Was macht denn der jetzt? Ah, der will offenbar auch den Osborn angreifen. Aber der ist ja eigentlich ein guter gewesen. Der ist ja eigentlich gut gewesen. Und machst du bei dir so... Alter, das weiß ich noch nicht. Grimso, da kann ich mir ja mal anschauen. Schreib uns das bitte mal bei Discord. Was ist mein Sohn? Der hat erst in dem Jahr wieder Geburtstag. Der hat den 1. April. Der ist schon ganz schön böse, oder? Guck mal, wie böse der ist. Das ist der Spider-Man K.O., guck mal. Das ist Spider-Man K.O. Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Ja, der hatte irgendeine Krankheit, das stimmt. Ah, ich habe das schon doch vergessen, du. Ich habe so lange nicht gespielt. Ich muss mir meine eigenen Videos nochmal anschauen. Aber die sind halt nicht langweilig, ne? Für mich selbst. Voll langweilig. Oh, guck mal, Spider-Man hat sich verletzt schwer. Ja, sehr schwer. Okay, in einer Woche, Geburtstag, 10. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, der will nach zu fies, will er. Das ist das Feast-Center. Das ist das, wo er vorher gearbeitet hat. Also bevor die ganze Sache passiert ist. Genau. Aber das Zeichner sieht man, sieht man jemanden schwindelig. Oder rechts in der Ecke. Ach, das sieht man gleich im Bild. Ach, das ist mein Stuhl davor gewesen. Das ist Miles. Guck mal, die haben nicht mal seine Maske abgesetzt. Oh mein Gott. Das kann aber noch nicht zu Ende sein. Warte mal, ich habe hier irgendwie... Du hast ja noch nicht mal bis zur Hälfte durchgespielt. Na doch, ich habe schon. Nee, vorhin stand noch 28%. Das kann ich nicht zu Ende sein. Oh, was pfeift hier in meinen Kopfhörern? Das ist ein PC, der arbeitet. Jetzt nicht mehr. Er wird es schaffen. Aber er braucht Ruhe. Hm. Ich kann dir Tipps geben. Let's play mal Winter Survival. Na, wir können es uns ja mal anschauen. Ist das ein Handy-Spiel auch oder was? Wo ist May? Live After, so hieß es, dass wir noch haben. Das ist Tante May. Tante May ist auch verletzt. Krank. Schmerkrank. Tante May ist die Tante, bei der er aufgewachsen ist. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antisirum. Weil seine Eltern ja nicht mehr da sind. Okay, ist ein Handy-Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter hilft bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Peter ist er selbst. Hey, das weiß die nicht. Ob er das jetzt zeigt? Wird er jetzt zeigen, dass er Peter ist? Die weiß das schon. Aha. Ach, guck mal. Die hat doch ihre Spinne auch noch dabei. Schau mal. Ihre Spinne auch noch dabei. Das ist die radioaktive Spinne, genau. Die hat sie aus dem Labor mitgebracht. Ich dachte, die ist giftig und beißt die? Ja, mal gucken, was die jetzt macht. Oh, das ist ja interessant, ne? Ach, ob die den Miles beißt? Nein, das ist es nicht. Die hat nämlich die MJ mitgebracht aus dem Labor. Nein. Ja, die hat ihn gebissen. Die hat die Spinne gerade auch gehauen. Ja, aber die hat ihn gebissen vorher. Das heißt, die war auch radioaktiv oder mit Gamma-Strahlen, wie auch immer. Die war auf jeden Fall verseucht. Ja, aber die hat ihn jetzt gebissen und das kriegt der bestimmt auch super Kräfte. Ob der jetzt auch super Kräfte bekommen wird? Ich dachte, er sieht einfach nur Kaffee. Oder Ja, oder der wird einfach der nächste Böse, ne? So, jetzt gucken wir mal auf die Map. Ich guck mal ganz kurz, wie konnte ich denn das da oben? MJ hat recht. Ich habe die Neurale-Schnittstelle gebaut und kann sie auch zerstören. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Okay, auf ins Labor. Guck mal, ist gleich mal so weit. 1000 Meter bloß. Oh, guck mal hier. Spider-Man macht das doch super, oder? Ich bin gar nicht. Guck mal, wie gut er hier durch die Gegend schwingt. Jetzt sollen wir da mal lange Hose durch die Gegend schwingen. Guck mal. 1000 Meter findest du noch zu wenig und erst mal gegen Kaffee. Aber Spider-Man kann das. Guck mal, wie gut er das kann. Geh in die Wand rein. Spider-Man, hallo. Ich muss diese Nummer wechseln. Doch, in dem Trickfilm, in dem Spider-Universe, den Trickfilm, da habe ich es irgendwie im Trailer gesehen, dass er tatsächlich da eine Rolle spielt. Aber sonst, tatsächlich weiß ich das noch nicht. Verflixt. Ich werde dich und deine Todestruppen vermissen. Meine Agents werden leider bleiben. Ich stelle unsere Arbeit in Frage, sie nicht. Und Osborn zahlt weiterhin. Es tut mir leid. Das sind ja fast gute Neuigkeiten. Na, macht er nichts. Okay, also das ist immer noch so am Ziel. Ich werde dich unter einem bizarren Humor vermissen. So, Achtung. Dies ist deine letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeiten vor dem Ende der Story aufzurüsten. Ende der Story? Ja. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Oder? Bis zum nächsten Mal. Was für eine seltsame, brutale Dame. Okay, dann machen wir das doch jetzt noch durch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020